50, 52, 53, 4, 55 So Leute, wir fahren jetzt hier so eine 100 Dax, Alter Ich bin so ein Ding noch nie gefahren, das ist ja so witzig Loll, Alter Die ist halbautomatisch Boah Erstmal reinkommen hier Uh, eins Jetzt bin ich im Leerlauf, Loll Wir stellen das Ding mal hin Ich weiß nicht, ich hab den Namen leider vergessen Von wem den nie gehört, Alter Guckt euch das Ding an Das ist so ein kleines Pocket-Bike-Ding 100 Dax ist das Ich hab keine Daten darüber Ich weiß nicht wie schnell das Ding fährt Ich hätte es mal 45 oder so Das ist halbautomatisch Sieht richtig Lollig aus, ey Komm, wir fahren jetzt noch mal eine Runde Irgendwie ist das Loll Weil es so halb... Weil es halbautomatisch ist Jetzt mach ich den hinten Komm, Auto, fahr vorbei, bitte Sag uns mal, der Möbel kommt ja überhaupt nicht aus dem Quark Aber ist doch witzig Der Tacho funktioniert nicht Der Motor funktioniert Die knallt sogar mal ab Tour ein bisschen Das ist voll witzig Die kannst du auch ankicken 2 1 1 1 Der noch 1 Gang Nummer 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 10 10 1 Der kann du gehen Der ist ja immer voll witzig, Alter Richtig witzig Und er hat hier wheelies damit, Alter Wuh Noch mal Let's go, let's go Zieh hoch Du Mach gleich mal Die sieht ein bisschen geleckter aus, die rote Soll ich die fahren oder was? Biketausch. Ist das in Ordnung für deinen Kollegen, wenn ich die fahre? Ja. Ja? Der erste ist hinten runterdrücken und der Rest vorne. Ist anders? Ja, aber das geht. Okay. Lässig. Sieht gut aus. Ist das witzig? Guckt euch den an. Mega geil. Oh, die Bremse ist auch nicht mehr die beste. Ich habe aber noch eine Vorderradbremse hier. Oh, die Hinterradbremse ist auch nicht mehr die geilste. Ja. Aber sieht richtig geil aus. Guck mal, dass so kleine Dinger sind. Ist richtig witzig. Ja. Was kostet auch einen Stuhl? Also einen guten Zustand, 3. Die 3.000? Ja. Oh, krass, Alter. Ja, ist witzig. Ja. Krass. Krass. 3.000 Euro. Junge. Ja. Was fahren die? 45 oder? Ja, 50. Die 65, weil die 70 Kubik drauf war. Die hat 70 Kubik drauf? Ja. Muss ja mal hoch und runter fahren hier. Ja. Halbautomatisch ist ungewohnt, dass ich keine Kupplung ziehen muss. Ah. Boah, ich habe irgendwie Schiss seit mir so einem Reifen, wenn ich rausfälle, wenn ich 65 fahre. Oh, der funktioniert wenigstens der Tacho. 50. 52. 53. 45. 45. Ja. 55, Bruder. Der Tacho, der geht in Ebelschirm, 10 km mal, falsch oder so. Muss ich mal sehen, dass ich hier bremsen kann. Klingeln funktioniert auch. So, top. Halten wir mal an hier. Ah. So, warte. Jetzt muss ich mal. So, einen runter. Noch einen runter. Jetzt müssen wir Gang Nummer 1. Komm. Bruder. Hebrich nicht ausbrattern. So, jetzt bin ich im Neutral. So, die gucken wir uns auch noch mal an. Aber habt ihr gerade schon gesehen. Die ist halt so ein bisschen rot. Und schwarze, dicke schwarze Felden. Nice. Leckofanny. Boah, aber ich bin so ein Riese, ne. Auf dem Ding. Es ist einfach, äh, äh, oah, die Hinterradbremse. Da muss aber noch mal hier was passieren, du. Und Vollgas. Also 70 Kubiks, das hat die draus. Boah, ich merke richtig. Aaaaah. Ey, stell mir das so voll geil vor. Dann willst du durch die Stadt zu fahren oder so. Mit so einem kleinen Hobel. So, jetzt muss ich runter schalten hinten. Einfach zünd, zünd, zünd. Zündung aus, ne? Ja. Das ist voll witzig. Haha. Haha. Mhm. Mhm.